Hallo und willkommen zurück bei EvoNand. Ja, hier sind wir jetzt dann angekommen. Wir haben die andere Seite der Brücke erreicht und müssen jetzt Manfred retten, der von den fiesen Trollen entführt wurde. Das sieht so gefährlich aus. Wartet! Er geht nach oben. Ich auch. Ähm. Einen schönen Tag noch. Was zum Teufel. Schnell mal speichern, bevor ich ihn... Was war das denn? Was war das denn? So voll random. Ach man, dieses Spiel. So. Oh, lass mich. Nein! Munde. Puh, okay. Na, ich hätte die Spinne noch mitkriegen können. Egal. Hab ich nicht. Muss ich jetzt machen. Puh, du. Nein! Ach komm. Boah, ich hasse... Ich hasse es, wenn man in Stacheln reinläuft und daran stirbt. Das ist so undankbar. Oh, das war aber... Das war aber knapp. Sorry, aber die Erfahrungspunkte muss ich hier einsammeln, ne? Komm, wir sind gerade erst ein Level aufgestiegen. Wir haben schon circa ein Fünftel des Balkens wieder voll. Was ist eigentlich mit der anderen, die es da noch so gibt? Fina? Ne, Fina ist die... Das gibt's nicht. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Ach, das ist doch unfair. Stefan und Jump'n'Runs, ne? Das ist auch so ein... Das fiese ist ja... Also das... Das hört sich immer an wie so eine Ausrede von Let's Playern, aber... Wenn man aufnimmt, spielt man immer so viel schlechter, als wenn man es alleine spielen würde, ne? Na, das Leben muss ich sammeln. Ähm... Das ist total komisch, weil man sich mehr auf andere Dinge konzentriert. Auf nämlich... Also kommentieren und, äh... Die Leute irgendwie bei Laune halten, als aufs Spiel selber. Oh, das hat nicht gereicht. Das ist schade. Dann muss ich das jetzt... Naja, leck mich. Komm, den... Nö, mach jetzt auch nicht. Du kannst... Nein, 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 nein. So, hier guck ich nur mal. Ja, das war die kaputte Brücke. Uah! Ach komm, ich war im Wasser. Da tut ein Feuerball gar nicht weh. So. Ach! Ha! Ich wusste es. Pam. 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 Voll der Profi. So. Okay, das könnte ein bisschen hakelig werden. Ich mach... Ich mach erstmal da unten sauber. Da sind mir... Da ist mir zu viel... Dreck, was da rumfliegt. So, Sicherheitsgründen. Wenn ich mich runterfalle, habe ich ein Problem. So, aber ich bin ein volles Leben. Das finde ich gerade... Achso, ich habe auch den Checkpoint erreicht. Okay, hier können wir nicht hoch. Ich glaube, da hätte ich den... Ja, ich hätte den nicht töten dürfen. Scheiße. Ich hätte... Na, aber sowas weiß man ja natürlich nicht, ne? Ja, jetzt ist mein Gegner halt weggereist. Da ist er wieder. Ach, guck mal, ich kann... Wie lame ist das denn? Hallo? Na, nicht. Die sind fies. Die sind... Also, das sind mal gute Gegner. Die man vorher nicht sieht, aber trotzdem noch eine gute Chance hat, die zu erledigen. Im Gegensatz zu dem. Das war jetzt ziemlich dumm. Aber ich muss die Kiste eigentlich haben. Das ist... Ich habe schon zwei Kisten liegen lassen. Nein! Okay, damit habe ich jetzt... Ach, scheiße. Oh, aber ich kann mir den, äh, Dings holen. Erstmal kann ich wieder ein Level aufsteigen. Indem ich hier meine Erfahrungspunkte nochmal sammle. Und jetzt kriege ich auch die Kiste. Jetzt kann ich mir die Kiste holen. Das war natürlich alles geplant, dass ich jetzt da sterbe. Das war ja... War ja klar. Das war jetzt allerdings nicht geplant. Komm. Scheiß drauf. Mit denen wenig Leben werde ich es eh nicht lange schaffen. Ja. Super, Stefan. Das war ganz, ganz toll. Hast du klasse gemacht. Okay. 100 von 100 zwei Lebenspunkten. Ob ich das lange überleben werde. Ich weiß es nicht. So. Komm rüber. Komm rüber. Ja. Danke. So. Und hier müsste jetzt mal einer drin sein. Bitte, bitte, bitte. Red Stern. Hatten wir auch lange nicht mehr. Toll. Für den Stern habe ich das jetzt gemacht. Großes Kino. So. Ja, okay. Alles klar. Stefan ist wieder im Modus. Ach, super. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt. Boah, in der Luft getötet. Toll. Was? Die sind alle nicht gestorben? Nein. Nein, nein, nein. Stepp hier nicht. Stepp hier nicht. Boah. Oh, nein. Boah. 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 Okay. Das ist mein Tod. Oh ja, das waren sogar Stacheln. Toll. Okay. Vielleicht hilft Einfrieren besser. Nein. Anscheinend nicht. Ich kann auch einfach abhauen, ne? Weißt du was? Ich hau einfach ab. Ist es nach einem Geheimnis aus irgendwie? Ist es aber anscheinend nicht. So. War ja klar, dass sowas nochmal kommen würde hier bei dem Spiel. Okay. Cool. Ich bin ein bisschen... Oh, okay. Das war jetzt unfair wieder. Aber ich hätte den da oben eh nicht wegmachen können, weil... Dafür brauche ich Manfred und ich habe Manfred nicht. Okay. Ich bin gerade voll stolz auf mich, dass ich gar nicht mal so schlecht bin eigentlich. Okay. Ich habe das jetzt... Das hat man nicht kommen sehen. Na. Okay. Ich sollte sowas nicht sagen. Wenn man sowas sagt, ist man... Gearscht. Nein. Ah. Oh Gott. Puh. Alles klar. So. Da können wir rüberspringen. Wah. Wieso? Wieso? Wieso fällt man durch diese Brücken durch? Manchmal. Nicht immer. Aber... Manchmal. Nach links. Nach rechts. Hä? Ich bin doch... Also wirklich. Kannst mich mal einschalten. Wenn jetzt alle rechts sind, haue ich sie alle weg. Fast. Klasse. Hat geklappt. Und wir sind fast ein Level aufgestiegen. Das dürften wir jetzt jeden Moment dann mit dem nächsten Gegner, der uns Erfahrungs-Drops gibt. Und... Oh. Mehr Angriff. Mehr nicht. Toll. Gut. Gehe ich noch weiter runter? Riskiere ich das? Da könnte was Cooles auf uns warten. Oder halt auch einfach nur der Tod Oder auch Einfach gar nichts Aber gar nichts ist auch gut Schön Alles klar, gehen wir mal weiter Vier Minuten haben wir noch knapp Das ist eine Zwischensequenz Denn ich kann mich nicht bewegen Total dramatisch Mir fehlt die Aufzugmusik Hey, ich will den Speicherpunkt Ich mache mir langsam Sorgen Und Manfred Großer, fieser Treu Ach, mein Liebchen Euer prallen Muskel Lassen mich erschaudern Lass mich frei Ich bin nicht euer Liebchen Oh, jemand ist gekommen Und hat mein Liebchen gestohlen Das ist sowas von Donkey Kong Das ist sowas von Donkey Kong jetzt Aber mich werden sie nie erwischen Sieht so aus, als bräuchte Manfred unsere Hilfe Boah, das wäre aber noch cooler Wenn es jetzt rauszoomen würde In die richtige Donkey Kong Ansicht Aber wie soll man das denn schaffen Die gehen gar nicht die Treppe runter anscheinend Das ist schon mal ein Vorteil für uns Boah Leckomaya Ich muss einen guten Moment abwarten Weil ich nicht mehr besonders viel Leben habe Ach, gut, das war Ach, mein Liebchen Eure Freunde sorgen sich so sehr um eure Ich aber auch Niemand kann uns voneinander trennen Wow Nächstes Level Ah, aber ich habe volles Leben wieder Das ist sehr nett Wow Wer kann denn mit sowas rechnen? Gutes Komm hier hoch Ich will dir eine reinhauen Na, super Nein Nein, nein, komm Das schaffen wir Das schaffen wir Oh Keine Infos dazu Das war alles Manfred Manfred Ah Danke Euch allen Ich Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte Was sagt ihr da, Manfred? Ich hätte doch genau das gleiche für Stefan Roswitha oder mich getan Nicht wahr? Ihr Ich bin so froh, dass wir euch vor dem fiesen Troll gerettet haben Mit seinen Masken und seinem Keule Gar nicht auszudenken, was er euch angetan hätte, wenn wir nicht eingetroffen wären Eingegriffen Darüber würde ich lieber nicht reden Erwähnt es nicht, ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen Stefan Mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle rausschaffen Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten Wunderbar Wir können am Turnier teilnehmen Ach, das war schon die Ausbilderprüfung Ausbilderprüfung, genau Ah, jetzt dürfen wir hier wieder rückwärts durch die Höhle gehen, aber wir haben zu Glück wieder volles Leben Ich glaube, wir haben Aber trotzdem noch nicht genug Mana, dass die Ne, drei wird ihr wahrscheinlich auch nicht reichen Nö, also euch töte ich jetzt, also ganz ehrlich Das meine ich Nö, das meine ich Okay, das mache ich aber So, gib mir mein Geld Die folgen mir die blöd mehr Okay, wie viel will die denn? Ich weiß es ja nicht Ich weiß das doch nicht, wie viel die will Wie viel will die denn? Ja, super gemacht Wer ist das überhaupt? Warum reden wir mit der? Sollen wir die schon sehen? Haben wir irgendeinen Fehler gemacht? Und ich irgendwas verpasst? Drei Gut, ich werde mit euch kommen und euch den Weg des Eises zeigen wirst Was? Was? Okay Aufwerten von Kräften Ihr habt jetzt Zugriff auf die Beschwörung Scandi Konzentriert euch bis zur dritten Stufe, um sie zu bewirken Monami, drei Stufen Das ist aber sexy So Das ist, äh, Stufe 3 Konzentration Mal gucken, wie das aussieht Wow Was war das? Dinge haben aufgeblitzt Dinge sind passiert Aber ich habe keine Ahnung, was das war Oh, das braucht sehr lange zum Abkühlen wieder Weil es ja auch ganz schön heiß Na komm, euch kann ich töten Gar kein Problem So Ein bisschen Leben noch sammeln Und dann machen wir Fiegt's mir nicht Und dann machen wir mal das Ausbildertraining Also das Training für uns Machen wir dann in der nächsten Folge Bis dann, ciao Bis dann, ciao